Wir werden das erfahren. Es gilt für jede Position, auch für diese Position, dass die Spieler erfahren und wissen sollen sehr bewusst, dass dein Konkurrent dein bester Freund ist, der besser er spielt, das beste du leisten musst, um ihm vorbeizukommen oder vorbeizubleiben und wir werden das erst erfahren. Beide haben Qualitäten, Kobi hat es hier schon lange gezeigt und es ist Antino, um das schwer zu machen für Kobi und wir werden das erst erfahren.